Hallo Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Blaze Station 3 und heute präsentiere ich euch einen PSN-Freunde-Spezial mit dabei der Turki 55 Styles, der Michi 229, der Lars Goldfisch, der Bro Gamer, YouTube Gamescom, Amso Pockets und den Styler Apo, den ihr wahrscheinlich alle kennt, auf Lars Goldfisch Kanal. Na, irgendwann los Digga, meine Waffe MK45 und die Exkursioniere oder wie die heißt, los gehts. Okay, Lars Goldfisch da vorne Digga. Lars Goldfisch, der Mob Reiser auf dem App Dome. Oh Mist, Alter, lass das kein Suchen und Zerstören sein. Es ist Suchen und Zerstören, aber das macht gar nichts. Vor allem einfach mal Lars Goldfisch. Michi 229 ist jetzt an der Reihe. Jo man, hau rein, sehe ich absolut auch so. Und das so sieht's aus, Leute. 1 zu 0. Das Team mit Lars Goldfisch macht alle fertig. Das Turki 55 Styles hat den YouTube-Kanal, die Black Ops Beasts. YouTube, könnt ihr mal gucken, wie man das macht hier. So messert man nämlich. Das ist professionell geschlitzt, sag ich euch. Gleichgewichtigkeit, Gewandigkeit habe ich dabei als Perks vielleicht. Wenn es euch vielleicht interessiert. Heute bin ich bisschen fit. Hey, ich snipe die alle. Also, ich snipe nicht. Ich snipe nicht. Ich bin kein Sniper, Digga. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der jetzt in unserem Team, wo wirklich snipet. Gut, ich bin tot, das macht gar nichts, Leute. Heute freuen wir einfach mal hier, ähm, dem, äh, dem Steiler-Apo. Hab ich auf YouTube gesehen, auf Lars Goldfisch-Kanal. Respekt von dir erstmal, ähm, was du da gemacht hast. Du bist echt ein guter Sniper-Schütze. Ballerst die Gegner weg. Ohne Pause, durch und durch. Sehr gut, den Namen könnt ihr euch merken. Wer richtige Duelles sucht, der mit Steiler-Apo. Einfach Steiler-Apo-Adden. Oder den Michi. 229 ist auch ein guter Spieler. Der Bro-Gamer-Last-Golf-Fisch. Du sorgst schon tot. Komm, Digga. Woh, der fliegt da, der fliegt da. Hello, Kitty. Wir werden jetzt alles gut sein, Digga. Eins zu eins. Aber das macht gar nichts, Leute. Der Zocker ohne HD-PVR-Box sagt tschau. Und wir sagen jetzt alle immer so schon tschau. Zocki55-Salz. Sagt tschau. Der Asshole-Pockets. Der Last-Golf-Fisch. Der Michi. 229. Style Harpe. Und YouTube-Gamescom sagen tschau. Bis zum nächsten Video. Haut rein.